hallo und herzlich willkommen bei Red Talk Gamble ich bin heute wieder auf der Jagd nach dem Ticket gestern habe ich es irgendwie verpasst aber egal ich habe das Spiel Stellar Age MMO Strategie habe ich schon mal gespielt also kurz dauern und bis gleich gerade zweimal probiert zu starten hat nicht geklappt jetzt habe ich die engine gewechselt ich hoffe jetzt klappt es ja geht doch ich bin doch schon angemeldet oder ist es auch wieder gelöscht ja ja bestätigen wir alles akzeptieren wo ist meine Base? Level 16 bin ich also nicht bei den Spielen nur bei Google Play Store ja das ist doch meine Base dann schauen wir mal was muss ich denn hier noch machen? greife Pirat zweimal an ok machen wir wo muss ich jetzt drücken zum Angriff und dann nehme Level 3 vernichte Piraten ah ja Angriff so während der schon mal los fliegt und den Angriff macht alles los schicken was ich habe alles los schicken was ich habe go da ist Red Batak da ist Red Batak Ich war doch in einem Clan drinnen. Ich bin verwirrt. Ich hatte doch einen eigenen Clan gehabt. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Noch mal Angriff. Angriff. Und alles. Los. Schicken. Was ich habe. Was ist das? Alter. 4 Minuten dauert das? Kein Problem. Damit kann ich leben. Hm. Hätte ich über den genommen. Ein Totenkopf. Ein Totenkopf. Wow. Nice. So. Da war eine rote 13. Ist denn hier was umsonst? Natürlich nicht. Hm. Das ist alles voll. Dann gehe ich mal wieder zurück zu meiner Base. Wie kommt man da hin? Ich habe es vergessen. Ah. Da. Okay. Okay. Bauen. Level up. Verbessern. Verbessern. Okay. Dann habe ich hier noch. Flotte. Produzieren. Okay. Und. Ein Platz habe ich noch. Verteidigung. Nice. Produzieren. Jetzt habe ich alles. Nehmen. Nehmen. Gegenstände. Gegenstände. Okay. Aber jetzt. Wundert mich das. Wo ist mein Clan? Bef. Alle. Ich bin. Ja. Danke. Komisch, komisch. Warum war ich nicht mehr in meiner Gelde drinne? Er hat mir bezahlt, deswegen habe ich das Wappen so gehabt? Hm, ich weiß es nicht mehr. Oh, ich bin schon wieder fertig. Nimm es. Drei Gegenstände noch. Das Unternehmen. Patakitium. Also wenn man mehr in der Gelde einspendet, dann kann man den Chef abwerben. Also du kannst eine Gelde gründen, aber das bringt dir nichts, wenn du nichts machst in der Gelde. Gut zu wissen. Ich muss noch einen Piraten angreifen. Angriff. Weiter. Und da muss ich auch schon los. Sieg. Ja. Okay. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Ich hole mir jetzt auch schnell mein Ticket ab. Gäste total vergessen. Ach, scheiße. Egal.